einen wunderschönen guten morgen ja ich hoffe es geht euch gut mir geht sehr gut und ich bin total begeistert heute so die letzten tage und ihr fragt euch vielleicht ja warum ich will es euch mal zeigen Achtung ja ich denke ihr habt es gesehen ich bin begeistert dass wir als Münchner Verein in diesem Jahr auch Förderer des Jungmakler Awards sind ich finde das klasse ich war selbst über fünf Jahre Makler und ich glaube ich weiß so ein bisschen wie ihr da draußen Jungs Mädels als Makler als Jungmakler tickt was euch wichtig ist und deswegen freue ich mich dass wir als Münchner Verein euch unterstützen ja bewerbt euch macht mit ich glaube ihr habt viele coole klasse innovative Geschäftsideen die den Markt prägen werden in den nächsten Jahren und ich bin gespannt auf die alle freue mich euch kennenzulernen und ansonsten einen schönen Tag noch und ich bin gespannt auf dieな und ich bin gespannt auf die und ich bin gespannt auf die Schaadung Vielen Dank.